wie siehst du die zukunft lange und langweilige stagflationen ja leute kann ich nur so viel sagen wie zum crash ja ich meine ich bin ehrlich gesagt kein hellseher ne ich bin ich bin eben ein großer fan und verteidiger davon damit klar zu kommen was gerade da ist wenn ihr wisst was ich meine also ich bin ich mache ungern so glaskugel vorhersagerei und investiere auf dieser base sondern ich gucke einfach was sind die aktuellen gegebenheiten und richte mich halt danach und beim investieren muss ich mich mit der begebenheit abfinden dass es jetzt sein kann dass wir in einen längerfristigen downturn kommen es aber genauso gut sein kann dass wir das ist dass es wieder hochgeht ja das ist es ist an der börse halt leider immer so es gibt jetzt verschiedene faktoren die jetzt eher auf die märkte drücken diese faktoren können sich aber auch noch ändern beispielsweise ein ende von dem ukraine krieg oder dass die ezb jetzt dramatisch die zinspolitik ändert und solche dingen relativ unwahrscheinlich aber ja von daher ich bin langfristig investiert und so handhab ich das bei trading public kann man ja mit derivaten traden auch bei scalable ja also auch bei scalable capital als so ein riesen universum an derivaten bei scalable capital kannst du alles handeln was es bei getex gibt also und bei trading public kannst du alles handeln was es bei lang und schwarz gibt das sind deren handelsplattformen und alles was dort gelistet ist kriegst du und bei getex hast du massenweise machst du auch massenweise derivate würde ich dir komplett von abraten das zu benutzen weil zeit einfach eine zockerei ist und kein langfristiges investiert von daher ist das für mich eher die schatten seite von trading public und scalable capital so gut ich deren deren etf angebot finde so sinnlos finde ich das angebot was es an derivaten gibt aber hey jeder soll zum mündigen investor werden und mit seinem geld tun und lassen was er möchte wichtig ist halt nur zu verstehen risikorendite verhältnissen was hältst du von scalable capital wealth management oder wealth das ist deren robot weise habe ich ehrlich gesagt keine ahnung von ich habe den sinn von robot weise nie so wirklich verstanden muss ich euch offen gestehen denn entweder bist du do it yourself mensch also machst deine finanzen selbst dass wir quasi zeigen auf unserem kanal wo es auch literatur zu gibt jetzt muss ich eigentlich unser buch in die kamera halten habe ich weiß nicht wo es ist dann gibt es leute die brauchen den berater und dazwischen irgendwo dazwischen hast du robot weise und die sinnhaftigkeit verstehe ich nicht ganz davon entweder bis in der einen gruppe oder anderen aber sein geld zu verwalten zu lassen ich meine scalable robot weise ist auch nicht gut gelaufen in dem corona crash hat er einige schwerwiegende fehler gemacht durch die konstruktion ja es hat durch diesen krassen absturz aus den aktien ausgestiegen und war dann nicht mehr drin als es hoch ging ja wäre einfach investiert geblieben wäre der schaden geringer gewesen und das ist halt mit allen produkten die irgendwie algorithmisch handeln oder sowas das große problem selbe bei badenriester renten also von welt sparenriester oder wie das heißt raisenriester ich finde das kann man sich sparen also robot weiß nichtsdestotrotz er ich meine wir gucken uns robot weise an wir haben überlegt ob wir mal bei jedem robot weise ein bisschen bisschen was rein investieren um halt die performance zu sehen und das dann offen zu zeigen er sei die von finanzip meint dass der emerging markets etf schon eine sektorwette ist was ist deine meinung also ich sehe das nicht als sektorwette du investierst in einen großen teil der welt anzahl an menschen größer als beim world etf von daher sehe ich jetzt nicht wo das eine sektorwette sein sollte von daher ja ich teile diese einschätzung nicht aber er hat sicherlich sehr sehr sinnvolle begründung dafür die mir jetzt nicht bekannt ist was sagst du michael burrys wette gegen apple mutig auf jeden fall aber gut er ist ja bekannt dafür mutige wetten zu platzieren der gegen tesla gewettet und soweit ich weiß auch ziemlich viel geld damit verloren gegen wie heißt er noch mal arg gewettet und gegen wen noch noch gegen eng so einen großen tech firma hat er gesetzt weiß nicht mehr wen deine meinung zur core satellite mit core weltportfolio und satellite faktor investing ich glaube da hast du ziemlich viele doppelungen also was du machen willst ist dir ein normales wettportfolio bauen zum beispiel msc world emerging markets oder ein fuzi all world und dann faktor investing betreiben ich würde mich entweder für das eine oder das andere interessieren weil sonst hast du sehr viele überschneidungen ja beispielsweise ich weiß nicht ob das der fall ist aber zum beispiel in normalen weltportfolio apple mit drin und dann in einem faktor portfolio zu auch apple mit drin und dann hast du halt apple doppelt mit drin und das erhöht dann halt deine position dazu du kennst aber dein genaues exposure dazu nicht also das müsste so dann quasi nachberechtigt also das ist der der eine grund und zweitens ich meine entweder glaubst du an die faktoren oder glaubst nicht dran ja ich würde es aber ich würde mich für das eine oder für das andere entscheiden du kannst ja so ein leichtes faktor portfolio machen selbst wenn du also ein leicht also ein bisschen mehr emerging markets renn machst du zum beispiel small caps dann hast du ja auch schon quasi faktoren mit drin apple doppelt hat keinem geschadet ja aber was ist denn wenn jetzt michael bury den ganzen spaß shortet was er getan hat keine ahnung kann auch natürlich nach hinten losgehen das ist jetzt kein nicht dass ich glaube dass apple irgendwie schlecht ist oder so ja meine meinung zu reads ja wie ihr wisst ich habe ja mal selbst reads also real estate investment trusts immobilien aktiengesellschaften dediziert im portfolio weil ich das eigentlich eine ganz gute beimischung von immobilien ins portfolio fand damals hatte ich aber nicht genug überlegt gehabt wie groß der prozentuale anteil von reads denn in einem normalen marktneutralen portfolio ist das bedeutet in so einem msi world und so weiter und da sind schon sehr sehr viele immobilien aktiengesellschaften mit drin deswegen habe ich mich dagegen entschieden habe gesagt ich möchte immobilien als branche jetzt nicht sonderlich übergewichten ansonsten sind es natürlich interessant für all diejenigen die in cash portfolio die den cash flow portfolio soll aufbauen wollen also die nicht nur also gesteigende kurse wollen sondern auch regelmäßige auszahlungen für diesen reads natürlich interessant hat natürlich eine gewisse stabilität die mit sich kommt allerdings welche vorsichtig bei reads denn es gibt jetzt einige dinge die sich gegen reads drehen beispielsweise wieder ein steigendes zinsumfeld das kann für höhere finanzierungskosten sorgen solche portfolios als read portfolios in der regel ja sehr sehr stark geleveraged aber da werde ich bald vielleicht mal einen podcast gast haben der da ein bisschen länger und detaillierter darüber sprechen kann thomas sollte man erst einen ausschüttenden msi world besparen bis man den 800 euro freibetrag ausgeschöpft hat und dann auf einen thesaurierenden msi world umsteigen danke vorab für deine einschätzung ja warum die frage weil wenn du sowas machst also erst auf den ausschüttenden setzt dann schöpfst du den sparerpausch betrag ab das was du ja mit freistellungsauftrag an den blog abgeben hast das sind ja 800 euro pro pro jahr also ist auf jeden fall aus steuerlicher sicht macht das sinn du musst natürlich extrem diszipliniert sein und das geld auch wieder reinvestieren und da spreche ich aus eigener erfahrung ich weiß dass wenn ausschüttungen kommen und größere anschaffungen anstehen oder so zum beispiel im urlaub im vorfeld bezahlen oder sowas dann ist man da schnell verführt dieses geld mal zu nehmen das kann ja beim thesaurierer nicht passieren weil beim thesaurierer musst du ein teil verkaufen ja von daher wenn du eisern dich daran hältst wie ich es zum beispiel nicht immer tue dann dann macht das sinn das einzige problem davon ist du wirst nie eine punktlandung haben das heißt du wirst entweder zu viel also mehr als 800 euro an dividenden ausgeschüttet kriegen oder in phasen wo die dividenden sich reduzieren wirst du weniger ausgeschüttet bekommen und somit deinen freistellungsauftrag nicht völlig ausschöpfen von daher ist die strategie eigentlich ein bisschen einfacher wenn du teilverkäufe tätigst also wenn du zum beispiel einen thesaurierenden fond hast der positiv ist also der 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 positive kursgewinne hat positive kursgewinne der kursgewinne hat ja dann kannst du die realisieren indem du ein teil davon verkaufs muss natürlich genauso viel sein dass das die kapitalerträge so auf nah an die 800 rankommen hast dann damit die freistellungsauftrag ausgeschöpft ja und kannst das geld dann eine gewisse zeit danach wieder reinvestieren ich würde sich direkt machen sonst könnte das finanzamt ihr das übel nehmen aber genau du kannst auch einfach ein teil deiner den thesaurierenden verkaufen fifo prinzip bei verkäufen ist halt nicht trivial das ist ein guter punkt was heißt fifo prinzip das heißt die aktien die du als erstes gekauft hast werden als erstes auch wieder verkauft first in first out und deswegen ist es nicht so einfach wenn wir zum beispiel einen sparplan hast und da steht plus 20 prozent auf deiner position dann ist das deine durchschnittliche performance über jeden k über jedes kaufdatum zu jedem zeitpunkt hinweg ja das bedeutet aber nicht wenn du anteile verkaufst dass du dann 20 prozent davon als gewinn realisieren kannst oder genau also angenommen dein portfolio ist 1000 wert da stehen 20 20 prozent gewinn drauf das sind 800 selbst eingezahlt 200 sind der gewinn dann kannst du sagen okay gut dann ja weiß was ich meine wenn ich dann zum beispiel für für 100 verkaufer dann werden 20 euro davon gewinnen und damit kapital ertragsschau pflicht dem ist nicht so sondern das was geschaut wird ist die aktien also wenn du zum beispiel sage ich verkauf zehn aktien dann wird geschaut zu wie viel hast du diese zehn gekauft und zwar die ersten zehn nicht die letzten zehn und da wird dann der halt der unterschied gemacht zwischen dem kaufkurs und im aktuellen kurs und daraus entsteht dann halt der gewinn das ist ein bisschen komplizierter dass das verkompliziert hat diese strategie aber genau um es einfach zu halten du kannst mit dem ausschüttenden etf machen dann ist es weniger präzise du kannst es aber auch mit einem thesaurierer machen und an teilverkäufe tätigen ich hoffe dir dieses überfluss video gefallen wenn du weitere clips und videos sehen möchtest dann schau doch mal hier oder hier und wenn du die highlights aus unseren wöchentlichen twitch streams nicht verpassen möchtest dann solltest du auf jeden fall überfluss abonnieren danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video